Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute den Pauli vorstellen. Unser Pauli ist ein Labrador-Mix und ist jetzt drei Jahre alt, ist im November 2019 geboren und hat eine Schulterhöhe von um die 45 bis 50 Zentimeter. Pauli ist seit 2020 bei uns, er kam mit sechs Monaten. Wir sind aufgrund von schwierigem Verhalten im häuslichen Bereich, was Fremdpersonen betrifft. Wir suchen für den Pauli ein Zuhause mit einem Pärchen oder einer Einzelperson, die schon vielleicht Erfahrung hat in dem Bereich Unsicherheit oder auch Angst, Aggression. Pauli ist ein sehr sportlicher, intelligenter und agiler Rüder, der sowie körperlich als auch geistig ausgelastet werden möchte und daran auch ganz viel Spaß hat. Er hat stark Will to please. Ansonsten ist er auch sehr verschmust, sucht immer die Nähe zum Menschen und genießt diese dann auch sehr. Zu Hause muss man Pauli ein bisschen begrenzen, das bedeutet ihn auf feste Plätze verweisen, weil er sonst einfach zur Kontrolle neigt, den Besitzer zu kontrollieren an der Haustüre sowie anhand von Besuch- oder Fremdpersonen. Mit Pauli machen Spaziergänge sehr viel Spaß, weil er hoffsozial ist, er ist super verträglich mit Artgenossen. Manchmal ist es bei Rüden Sympathiesache, aber ansonsten ist er eigentlich mit jedem Hund super sozialisierbar. Wir wünschen uns auch für Pauli ein kinderloses Zuhause, weil er mit Kindern einfach keine Erfahrung gemacht hat und diese auch gruselig findet. Von dem her wäre es schön, wenn da einfach auch keine Kinder im Haushalt wären. Andere Hunde im Haushalt sind kein Problem. Katzen wiederum oder Kleintiere sollten nicht vorhanden sein. Einfach aufgrund dessen, weil er schon gerne, sag ich mal, wenn sich etwas schnell bewegt, hinterher rennt. Was für Katzen sowohl als auch für Kleintiere nicht so angenehm sein könnte. Wenn ich das Interesse bei euch wecken konnte für Pauli, dann meldet euch bei uns im Hundehaus 4. Unter der Durchwahl 921 3x056 am Schluss und wir freuen uns auf eure Anrufe und warten drauf. Bis dann!